Am 15. September sind Landtagswahlen in Bayern und auch da ticken die Uhren in Bayern ein bisschen anders. Beide Stimmen sind wichtig, die Erst- und die Zweitstimme, weil beide Stimmen zu einem einzigen Ergebnis zusammen addiert werden und deswegen ist es wichtig, sowohl die Erststimme als auch die Zweitstimme an die Grünen zu geben.